Das deutsche Bildungssystem beruht auf einer willkürlichen Beurteilung in Form von Noten. Durch die frühe Selektion werden Schülerinnen und Schüler bereits nach der vierten Klasse in drei Kategorien gesteckt. Bildung wird so zu einer Sache des Geldbeutels, denn nur bei Privatschulen lässt sich eine wirklich gute Ausbildung garantieren. Weil das Land zu wenig Geld zur Verfügung stellt, sind die Klassen zu voll und es gibt zu wenig Lehrer. Wer soll in dieser Atmosphäre lernen? Eine Teilschuld an der Fehlentwicklung hat die mangelnde Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern in der Politik. Das Land muss endlich die notwendigen Mittel in die Hand nehmen, Schulen sanieren und Lehrerinnen und Lehrer einstellen. Nur so kann jede und jeder individuell gefördert werden. Wir wollen Schluss machen mit der frühen Selektion und ein längeres gemeinsames Leben und Lernen garantieren. Wir wünschen uns gleiche Chancen für jede und jeden. Deswegen muss Bildung kostenlos sein. Wir wünschen uns, dass Schülerinnen und Schüler in den demokratischen Alltag der Schule einbezogen werden. Wir möchten euch einladen, mit uns zu diskutieren, euch zu informieren und Spaß zu haben. Und deswegen kommen wir in den letzten Wochen vor den Sommerferien zu euch an eure Schulen und geben euch die Chance, Kritik am Bildungssystem zu äußern. Wann und wo ihr uns antrefft, könnt ihr unter www.gj-heidelberg nachschauen. Oder achtet einfach auf die Plakate in der Nähe eurer Schule. Bis dann!